Hallo und herzlich willkommen zu den Formel 1 News und zwar zu einer kurzen Ausgabe. Heute schon eine kleine Vorschau auf den Monaco Grand Prix und zwar hat Eric Bouillet, der Rennleiter von McLaren oder Teamchef, gesagt, dass McLaren in Monaco stärker sein wird als Ferrari Futur 3 am besten. Und zwar war McLaren ja schon letztes Jahr in Monaco stärker als auf allen anderen Strecken, denn in Monaco kommt es nicht so auf die Motorenpower an, es ist ja ein Stadtkurs, es ist sehr eng, es braucht eigentlich nur ein gutes Chassis. Nicht mal die Aerodynamik muss total ausgereift sein, ein gutes Chassis und natürlich macht der Fahrer auch in Monaco einen großen Unterschied. Fernando Alonso und Jenson Button sind ja mit die erfahrensten Fahrer im Feld, kennen sich somit also am besten aus. Jenson Button müsste glaube ich sogar der erfahrenste sein, 2000 hat er ja angefangen, Alonso und 3 können ja 2001. Deswegen will McLaren dort sogar stärker sein als Ferrari. Man denkt aber, dass man vielleicht hinter Torosso und Red Bulls rückfällt, da Torosso wirklich ein sehr, sehr gutes Auto hat, was sich ja, denke ich, bestätigen kann. Allerdings glaube ich nicht wirklich, dass man Ferrari schlagen kann. Ferrari wird, denke ich, Schlüsse gezogen haben aus Barcelona. Ich denke, dass da nicht alles an der Aerodynamik lag, sondern vor allem daran, dass die Reifen irgendwie nicht zum Arbeiten bekommen haben. In Monaco gibt es die ganz, ganz weichen Reifen. Könnte Ferrari vielleicht wieder liegen. Ich bin mal gespannt. Trotzdem glaube ich, dass McLaren mindestens hinter Ferrari und Red Bull also vierte Kraft sein wird. Denn vom Auto her scheinen sie ja nicht schlecht zu sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.